Hallo, willkommen in der Produktbewertung. In diesem Video werfen wir einen Blick auf die 5 besten Android-Tabletz-Test. Ich habe diese Liste basierend auf meinen persönlichen Recherchen und Meinungen erstellt und versucht, sie anhand ihrer Qualität, ihres Preises, ihrer Haltbarkeit und mehr aufzulisten. Wenn Sie den Preis sehen und mehr über diese Produkte erfahren möchten, können Sie den Link unten in der Beschreibung unten überprüfen. Auf Platz 5 haben wir die Lenovo Tab 10 25. Die Lenovo Tab 10 verfügt über einen speziellen Kinderbereich, der Ihren Kindern eine kinderfreundliche Oberfläche bietet. Hier können Sie ebenfalls einstellen, zu welchen Zeiten Ihre Kinder mit diesem Android-Tablet-Computer im Internet surfen können und wann nicht. Dies macht es für das Timing möglich. Die lange Akkulaufzeit ermöglicht es Ihnen, Filme, Sammlungen oder Videos zu genießen oder andere Anwendungen bis zu 10 Stunden ohne Unterbrechung laufen zu lassen. Der 10,1 Zoll Bildschirm stellt sicher, dass Sie Ihre Filme sowie andere Medien mit Freude betrachten können. Mit einer Größe von 17,1 x 1 x 24,7 cm und einem Gewicht von 508 Gramm liegt er angenehm in der Hand. Umzug auf Nummer 4, haben wir die Huawei MediaPad M5. Das Huawei MediaPad M5 verfügt über eine primäre elektronische Kamera mit 13 Megapixeln und ebenfalls Autofokus sowie eine elektronische Frontkamera mit einer Auflösung von 8 Megapixeln und repariertem Fokus. Dies ermöglicht Ihnen hochwertige Aufnahmen und bietet Ihnen die Möglichkeit, hochauflösende Videoclip-Telefonate zu führen. Der Hermann Cardone Lautsprecher mit 3D-Stereot und sorgt für ideales Rauschen bei Filmen, Sammlungen oder Videoclips. Das Gehäuse des Android-Tabletts ist aus Metall gefertigt und hat eine abgerundete Glaskante. Dies verleiht ihm ein Design von ausgezeichneter Qualität. Es misst insgesamt 25,9 x 17,2 x 0,7 cm und wiegt zudem 499 Gramm. Auf Platz 3, haben wir die Lenovo Tab E7. Das Lenovo Android-Tablet E7 verfügt über ein 7 Zoll Display mit einer Auflösung von 1024 x 600 Pixeln. Es ist 11 x 1 x 19,3 cm groß und wiegt auch nur 272 Gramm. Damit gehört es zu den Leichtgewichten unter den Tabletts und fühlt sich auch in den Händen ausgezeichnet an. Das traditionell schwarze Layout macht es ebenfalls zu einem Blickfang. Die Batterie hat eine Laufzeit von 5 bis 10 Stunden. Dies deutet darauf hin, dass sie auch für längere Fahrten, Flüge oder diverse andere Wartezeiten ausreichend leistungsfähig sind. Damit sowohl die Videoclips als auch die Filme hervorragend klingen, werden die Audio-Lautsprecher an der Vorderseite angeschlossen. Umzug auf Nummer 2, haben wir die Huawei MediaPad T3. Das Huawei MediaPad T3 hat eine Auflösung von 1280 x 800 Pixel und eine Bildschirmdiagonale von 9,6 Zoll. Damit können Sie Ihre Fotos, Videoclips und Filme in optimal hoher Qualität präsentieren. Mit der modernen Apps-Technologie können Sie den Bildschirm aus zahlreichen Blickwinkeln betrachten. Das Gerät verfügt über zwei Norken. Die Frontkamera hat eine Auflösung von 2 Megapixeln, sodass Sie Videoclip-Telefongespräche führen oder selbst Bilder aufnehmen können. Die primäre elektronische Kamera auf der Rückseite hat eine Auflösung von 5 Megapixeln. Sie ist ebenfalls mit einem Autofokus ausgestattet, der es Ihnen ermöglicht, scharfe Fotos und Videos aufzunehmen. Schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Samsung Galaxy Tab. Das Galaxy Tab AT580 von Samsung bietet Ihnen dank seiner Eigenschaften und auch Leistung ein breites Anwendungsspektrum. Dies ermöglicht Ihnen und Ihren Familienmitgliedern, es jederzeit und überall zu nutzen. Es verfügt über einen riesigen, hochauflösenden Bildschirm mit einem 16x10 Langformat. Wenn Sie Filme, Videos oder Ihre Bilder auf einem größeren Bildschirm ansehen möchten, können Sie das Samsung Android Tablett über Wi-Fi direkt an Ihren kompatiblen Fernseher anschließen. Beide Kameras bieten Ihnen genügend Flexibilität für Ihre Bild- und auch Videoaufnahmen zusammen mit Videoclip anrufen. Die größere Kamera verfügt über 8 Megapixel, einen Autofokus und auch einen Blitz, sodass Sie bemerkenswerte Momente in hervorragender Qualität einfangen können. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video, bitte Marc, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.